Ich will dieses Söder-Video gucken, Bro. Achtung, Achtung, hier ist die CSU. Achtung. Ja, super. Jetzt wird's wild hier. Jetzt wird's wild, Herr Hanna. Dieser Mann ist ein regelrechter Pionier. Heimatminister Söder hat den östlichsten Punkt Bayerns entdeckt und eingeweiht. So schaut's auch. Hi, guten Morgen. Hallo, ich bin Markus Söder. Es gibt nur wenige Menschen in der deutschen Politik wie Fleischliebhaber Markus. Bro, er liebt Fleisch und Bier so sehr, ne? Und der ist jetzt bei einer Partei? Der Ministerpräsident von Bayern, CSU. Also nochmal, der konservative Flügel von der CDU. Also er ist was Großes. Ja, also mäßig vom größten Bundesland, von Bayern, der Ministerpräsident, ja. Söder. Ich sag's mal ganz persönlich. Wirtschaftlich sehr stark. Hi, Söder. Hi, Söder. Aber ohne Fleisch und ohne Bratwurst ist doch ein Leben gar nicht sinnvoll, meine sehr Pferden, Damen und Herren, oder? Würdest du sagen, ohne Bratwurst ist ein Leben sinnvoll? Kann man schon leben, oder? Ja, Bruder, ich esse kein Bratwurst. Aber wenn er jetzt sagen würde, ohne Fleisch, ist halt schon natürlich schwierig, ja. Ein Mann, der nah am Volk ist und Social Media für sich nutzt. Warum dieses Blau? Bayern-Fahne. CSU ist blau. Ein Bayer, der sein iPhone-Smooth am Stativ mit Ringlicht festmacht, um schnell noch ein flottes TikTok-Video für die junge Union aufzunehmen. Mein Lieblings-Weihnachtslied, ach, oder? Ist ja nicht sympathisch. Die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Oh, du fröhliche, finde ich, ist mein Lieblings. Ah, Digga, hier ist alles kaputt. Irgendwer hat meinen Adapter geklaut. Wie? Ne, war Spaß. Ob er dich mag? Also, ich glaube, seine, er hat, kann ich nicht sagen, ich glaube, du müsstest ihn persönlich kennenlernen, aber, also, er ist bekannt für eine sehr krasse, sehr strikte, konservative, fast schon mäßig rechte Asylpolitik. Also, schon eher nicht so, würde ich jetzt einschätzen, aufgeschlossen, weißt du? Da schreibt einer, der würde eh das abschieben. So kann man es auch sagen. Ich rede mal mit dem Orden, das finde ich schon sehr, sehr schön. Rostbratwürste oder Schäufele? Gern beides. Aber zuerst aus meiner Raumfahrtasse. Gerade, gerade. Doch Markus kann nicht nur hip im Internet unterwegs sein. Im Real Life glänzt er mit populistischen Stammtisch-Ideen in Ingo-Lingo. Da hat man mir gesagt, ich müsse auch schützen, Gender. Und da habt ihr vorgeschlagen, nicht schützen Brüder oder Schwestern zusammen, sondern schützen Brüderinnen. Keiner versteht. Genau so gerade. Ja. Macht keinen Sinn, ein Leben ohne Schweinbraten macht möglich sein, aber nicht sinnvoll. Sondern er muss jetzt. Leben ohne Schweinbraten ist nicht dasselbe, Rebi. Kokain her und Crystal Matt. Er steht gerne im. Aber Crystal Matt. Crystal Matt, Cannabis, Kokain, mach alles rein. Mittelpunkt. Auf der Suche nach Ansehen, Autorität und Anerkennung lebt der blutwurstige Markus den Boomer-Social-Media-Grind wie kein anderer. Aber es funktioniert krass. Wir sind hautnah dabei. Es funktioniert. Das ist der Gesamt-Cringe von Martin. Aber es ist ein bisschen unangenehm wirklich. Achso, das sind so Cringe-Moment hier. Ja, ja. Bayern, 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 Bayern. Die Bayern für Bayern. Ja, heute. Was denkst du, wo kommt der her? Warten Wittenberg? Ja. Es geht um die Eröffnung des YouTube-Kanals des Finanzministers und seines Ministeriums. Ich bin jetzt auf TikTok. Ich war gestern bei einem tollen Termin im Landkreis Raunstein. Bayern ist ein tolles Raumfahrtland. Der Lurier-Wohn ist nicht nur irgendein Hirn geschminst, sondern ein durchdachtes strategisches Technologie-Konzept. Das ist krass, oder? Ich bin doch ein paar Stunden. Moritz, danke. Sie posten ihr Essen auf bei Facebook. Wenn Sie diese Tritte vors Schienbein immer wieder so ganz gezielt setzen, Herr Söder. Markus Söder wollte Kanzler werden. Hätte er das Zeug dafür gehabt? Mein Schwerger, kenn ich. Ja. Wie lange muss ich schweigen? Was sagt uns das über Ihr Verhältnis? Kennst du ihn auch? Armin Laschet? Armin Laschet? Ja, auch Kanzlerkandidat. Kenn ich den Kanzler, ne? Markus Söder? Kandidat. Kandidat. Richtig, ja, ja, kenn ich. Wir reden heute über Sachfragen und nicht über andere Dinge. Achtung. Oha. Bayern ist einfach eine andere Welt, ne? Ja, oha. Two, four, go! Könntest du dir... Ne, Bayern, schau mal, das Ding ist, Bayern ist halt ein bisschen auch gefährlich so. Weil, schau mal, ich wohne ja aus, ich komme ja aus Ulm. Ja, ist nicht weit weg, ne? Ne, wenn du da über die Brücke gehst, bist du in Neu-Ulm, in Bayern. Stimmt, stimmt, ja. Und da ist es halt immer ein bisschen, Bruder, nachts halte ich mich nie in Baden-Württemberg, in Bayern auch. Wieso? Weil du wirst immer kontrolliert. Von Polizisten? Ja, immer. Ich glaube, wahrscheinlich wirst du kontrolliert und ich nicht. Sag dir ehrlich, Bro. Wirklich, es ist so. Es ist for real so. Kann sein, kann sein. Es ist wirklich hart. Es ist wirklich hart. In Köln ist es auch schon so ein bisschen, aber nicht so krass. Aber ich habe das in Bayern schon sehr oft von Kollegen so gehört. Oder das ist schon hart. Also wirklich von, so sage ich jetzt mal, also grob geschätzt, damit ihr ungefähr eine Statistik habt. Wenn ich jetzt in Bayern 20 Mal reinfahren würde und da gäbe es eine Kontrolle, würde ich, glaube ich, echt in dieser Statistik, was ich erlebt habe, mindestens 15 Mal angehalten. Krass, Digga, krass. Wirklich. Also es wird mehr angehalten, wenn es eine Kontrolle gibt, als dass ich durchgehe. Weißt du, guck mal, es gibt so Moves, du kannst, wenn du mal kontrolliert werden solltest, ich zeige dir kurz was, okay? Okay. Pass auf. Wir nehmen jetzt mal an. Wir tun einfach so, als wäre das hier mein Führerschein, okay? Aha. So. Pass auf. So. Und wenn Polizei kommt und sagen, die Führerschein bitte, geh mal kurz ein bisschen beiseite, dann kannst du denen schon entgegenkommen, indem du so den Führerschein rausholst. So schnell. So. Warum? Und dann sagst du, hier, weißt du, vertrau mir, mach das mal. Was ist das? Nein, nein, mach mal. Was ist das? Das ist gut. Wenn du den von hier rausholst oder so unter dem Sitz, so gibst du. So musst du den Führerschein geben. Vertrauen, okay? Dann hilfst du denen. Das ist gut. Die schätzen sowas sehr. Okay, okay. Also ich hebe den Führerschein hier so in der Hand. Ja, genau. Du hast den in der Hand und dann so aus der Jackentisch, so. Schnell geben, weißt du, so. Und vielleicht sagst du noch sowas wie, das ist heute dein letzter Tag. Dein letzter Tag, an dem du Stress im Beruf erfährst. Weißt du? Ich glaube, wenn ich so eine schnelle Bewegung mache, bekomme ich zwei Jahre. Was soll passieren? Nein, nein, lass mich in Ruhe. Nein, nein, nein. Aus dem Handschuhfach schnell greifen. Schnell. Schnell greifen. Weißt du, was das letzte Mal passiert ist, als ich Handschuhfach geöffnet habe? Was denn? Da war ich in Österreich. Was haben sie gemacht? Da waren wir an der Kontrolle. Wir wurden halt, ja. Also wir dachten, wir haben was dabei, was okay ist und war auch okay, aber im Kofferraum. Diese Schrotflinte. Achso. Nein, nein. Okay. Das nicht. Okay. Dann distanzieren wir uns. Ja, klar. Bruder, was machst du, Mann? Du fickst mich dann. Ich bin hier meinen blauen Haken, Alter. Dann setze ich wieder alles gut. Lass mich in Ruhe, Mann. Edith hat keine Waffen. Nein, sowas habe ich nicht. Hat er nicht. Achso, mit Sido oder wie? Mit Sido, ja, ja, da waren wir da. Wir haben insgesamt... Ja, ihr habt Sido geschrieben. Es wurden, glaube ich, sechs Sachen gefunden, was kontrolliert werden musste. Und wir haben alles zurückbekommen, außer eine Sache, wo wir nicht wussten, dass es halt verboten war. Aber was auch nur zum Wildverteidigung diente. Ah, falls ein Schwein... Falls ein Wildschwein uns angreift. Oh Mann, die sind hinterhältig. Da musst du aufpassen. So, weißt du, Schweine. Und da habe ich halt gedacht, okay, das kann man halt mitnehmen. Ich habe auch diesen RPG-Raketenwerfer. Falls mal ein Reh auf der Straße steht... Kannst du den wissen. Nein, in-Game habe ich nicht. Bitte nicht kontrollieren. Viele Menschen lieben Markus' Social-Media-Content. Findest du ihn gut? Es gibt sogar fanatische Markus-Fans, die seine innige Liebe zu Wurstwaren teilen und entsprechende Websites betreiben. Zum Beispiel uns. Diese Website haben wir mit Hostinger-KI gestützt, in weniger als zwei Minuten erstellt. Achso, lässt du es laufen? Ja, Bro, sag ich dir eigentlich, macht man. Macht man so. Guck mal, wenn ich auf deren Content reagiere, weißt du, so, wenn mein Cut-Ass später zusammenschneidet, rausnimmt oder so, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Aber ich finde, schon hardcore. Ja, ja, deswegen hast du auch gerade die ganze Zeit geredet, als er die Werbung erzählt hat. Eine sleake Online-Präsenz... Es kommt nämlich auf das an, pass auf. Gleich kommt der Code, ich sag, holt euch den und dann geht's weiter. Richtig. Mit Hostinger kannst auch du eine Website mit deinem Lebenslauf oder deinem Portfolio bestellen. Okay, machen wir. Ja? Es gibt sogar eine mega-nice Heatmap, die das Besucherverhalten in deiner Website vorhersagen. Oder? Was ist das? Wärmebild? Ja, mäßig. Wärmebilder-Fleisch-Lieft. Checkt jetzt diesen Code-Code. Guck mal jetzt. Genau, können die jetzt alle auschecken. Oder den Link in der Beschreibung. Siehst du. Mit dem Code 2BoardGuys kriegt ihr 10% Rabatt auf alle Hostingpläne mit einer Anlaufzeit von mindestens 12 Monaten. Bei jedem Plan ist doch eine kostenlose. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Aus dem Paulaner Garten. Mit diesem sympathischen Charakter... Ey, wir müssen los. Wann hast du Zug? Äh, jetzt demnächst. Chat, wie lange hast du? Äh, hab's. Zeit kurz. Bis wir da sind, um was ergänzt. Ja, check ich, check ich, check ich. Kommt schon hin. Ja, Bruder, dann mach dich auf. Die Jungs sind raus. Ich glaub, ich zieh mir trotzdem irgendwie Kopfhörer an. Ich brauch das irgendwie für ein... Für Dings-Gefühl. Bisschen komisch, aber irgendwie kann ich das nicht ohne Kopfhörer. Keine Ahnung, Mann. Okay, wir gucken weiter dieses Video. Ich bin gespannt. Wird sehr unangenehm. Da tritt Markus mit 16 in das konservative Mutterschiff Deutschlands ein. Die CSU, ja? Varian Army. Markus ist sehr engagiert. Sein Spitzname ist Immerda Söder. Er hat einen Förderer in der Jungen Union namens Peter Dilling, der ihn zum Kreisvorsitzenden vorschlägt. Später ist Dilling aus beruflichen Gründen weniger präsent in der Partei. Söder nutzt die Chance, ihn hinterrücks aus dem Amt zu kicken. Korrekt ist korrekt, oder? Ich fände es so geil, wie sie halben Film darüber mal drehen, wirklich. Peter schaut heute noch manchmal so das Facebook-Seite an, aber nur mit Quarztüte. What the fuck? Dankeschön, Leila. Vielen, vielen Dank. Ich muss euch ehrlich sagen, auch kurz hier Off-Topic vom Video. Ich mag Edis super, 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 super gerne. Das war eine super süße Session, Bruder. Dankeschön. Nein, ich mag Edis sehr gerne. Übertrieben korrekter Typ. Sehr, sehr guter Mann. Lass ich nichts drauf kommen. Man kann mit dem gut Jokes machen, der hat einen guten Humor. Mag ich sehr, sehr gerne. No joke, ehrlich jetzt. Schreibt 2007 über den noch jungen Politiker. Söder ist ein typischer Vertreter einer Partei, die gern von traditionellen Werten redet, wo er Freundschaft und Loyalität in Wahrheit, ob er stolz ist auf ihre enorme Hintervorzigkeit. Oh, Digga, what the fuck? Markus gilt schon früh als skrupelloser Bayer. Einem Parteifreund sagt er, Politik funktioniere nach dem Prinzip Stützen oder Stürzen. Ja, Bruder, weiß ich nicht. Das klingt so ein bisschen... Steigt der machthungrige Markus... Also, das erinnert mich so, aber... ...in den Rängen der bayerischen Bastion CSU auf. Heute spielen wir ein Spiel, das so alt ist wie der Schmerz selbst. Bombenangriff. Okay. Das klingt ja spannend. Wie lauten die Regeln? Ducken oder sterben? Markus durchläuft sehr schnell sehr viele Ämter. 2017 greift er nach dem Thron, Ministerpräsident des Freistaates Bayern. Doch der Modellbahnliebende, amtierende Ministerpräsident steht ihm im Weg. 2017 tat Horst Seehofer alles um Söder als seine Nachfolger als Ministerpräsident. Das ist so crazy, wenn man mal überlegt, in der Politik, die Leute ficken sich so krass gegenseitig, wirklich. Das ist crazy, wirklich, wirklich. Läuft sehr schnell sehr viele Ämter. 2017 greift er nach dem Thron, Ministerpräsident des Freistaates Bayern. Doch der Modellbahnliebende, amtierende Ministerpräsident steht ihm im Weg. 2017 tat Horst Seehofer alles um Söder als seine Nachfolger. Digga, dass die sich so gegenseitig ficken und so Feinde sind, ne? Siehofer und Söder gelten als ziemlich beste Feinde. Überall war zu lesen, was Horst Seehofer vor vier Jahren mal bei einer Weihnachtsfeier überlegt hat. Ey, ich sag euch ehrlich, ich würd gern wissen, was da so abgeht. Ich denk mir schon manchmal so in der Streamer-YouTube-Bubble, wie sich da alle gegenseitig ficken und die Schwänze lutschen, ist schon krass. Aber in der Politik, boah, also ich glaub, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Wie gesagt, er hat von charakterlichen Defiziten gesprochen, er hat von gesagt, sie seien zerfressen von Ehrgeiz. Leona, dankeschön für den Zap, Kuss. CSU stürzt in Bayern ab. Der Druck ist zu groß. Seehofer muss den Posten des Ministerpräsidenten an seinen Erzfeind abgeben. Es werden viel zu lange Hände geschüttelt. Zehnmal schlimmer, glaube auch. Er fliegt das Mutterschiff Deutschlands in... Bayern, 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 Bayern. Wenn man so will, war er der größte Gegner von Söder immer Söder selber. Also es war immer so erkennbar, dass er... Mein größter Feind bist du. ...Zug zur Macht hatte, dass das Vieh in der Partei unangenehm aufgestoßen ist. Wer so sympathisch und smooth an die Spitze der CSU schwebt, kriegt es natürlich auch mit Hatern zu tun. Der ist doch sehr erfolgreich, wahr? Ist der sehr erfolgreich mit den beiden Wahlergebnissen, die er abgeliefert hat? Oh, oh, Jens. Wie heißt der nochmal? Nicht Jens Spahn. Ist Jens Spahn? Ist immer noch Parteichef und Ministerpräsident. Ja, das ist an seinem Selbstverständnis mit Sicherheit. Ne, das ist nicht Jens Spahn, das ist Gutenberg, ja. Karl Theodor zu Gutenberg, ja. Doch Markus ist noch lange nicht am Ende seiner Karriere angekommen. Er hat keinen geringeren Anspruch, als über Gesamtdeutschland zu herrschen. Okay. Markus, lass es. Markus, warum sagst du jetzt wieder das? Markus, was wird das denn jetzt schon wieder? Markus? Ja, Armin? Ich wurde ja mit großer Mehrheit zum CDU-Vorsitzenden gewählt. Und ich bin Ministerpräsident im bevölkerungsreichsten Bundesland. Ja. Und habe ziemlich gute Beliebtheitswerte. Ja. Und du hast ja immer wieder gesagt, die CDU hat das Vorschlag... Leila, danke schön. Danke, danke, danke für zwei Monate. Kuss, kuss, kuss. Vielen Dank. Wenn du das dein Platz auf jeden Fall in Bayern ist, darf ich dann vielleicht bitte Kanzlerkandidat werden? Nein. Bombenangriff, Bombenangriff. Frühjahr 2000. Ey, man muss schon, ich glaube, man muss schon ein krasses Ego haben für die meisten Politiker. Ich glaube, es gibt natürlich auch ein paar, die machen das aus der Motivation heraus, Sachen verändern zu wollen, dies, das. Aber ich glaube, viele sind noch echte Ego-Player, ne? Die haben nochmal größeres Geltungsbedürfnis als wir Influencer. 2021. Ja, der Bundestagswahl. Die Union braucht einen Kanzlerkandidaten. Merkel ist weg. Widerstand entgegen was? Egan Merkel! Digga, das Video. Ich habe ja gesagt, ich werde mich erstmal ein bisschen ausruhen. Markus, weil es auf gar keinen Fall werden. Ich habe ja immer gesagt, wo mein Platz ist, hier in Bayern. Fahr gar nach Berlin, aber wissen Sie, was das Schönste in Berlin ist? Production, danke schön für den Tier 1. Vielen, vielen Dank. Aber wisst ihr was? Bayern, 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 Bayern hat Bayern und Bayern. Dankeschön. Was denn sonst? Gehen Sie davon aus, dass auch nach September 2021 Ihr Platz in Bayern sein wird? Ja, mein Platz ist überall in der Hinsicht. Es gibt einen spannenden... Weil er will Deutschland in Bayern umbenennen und dann herrschen. Tschecke. Geld spielt eine riesige Rolle. Auf jeden Fall. Ich habe Fotos gesehen, auf dem rauchst du Ziergarillus. Willst du damit aufhören? Ich rauche die nicht auf Lunge. Als du die Flur doch mal besucht hast, musstest du lachen. Warum? Weil einer eine blöde Bemerkung gemacht hat. Kennst du doch. Du bist doch der Chef der CDU, ne? Ist Mars ein Nazi? Boah. Markus, zieht den Kürzeren. Ich habe Armin Laschin angerufen und habe ihm gratuliert. Die Union vereint sich geschlossen hinter Armin. Armin Laschin, ganz langsam. Das war so unangenehm und es hat so geil nicht funktioniert. Was war die Konsequenz? Die jetzige Regelung kackt komplett rein. Die ganze Zeit irgendwelche Krisen und wir haben AfD um Umfrage hoch. Ja, was für eine Scheiße. Anstatt dem Mainzer Wahlkampf zu machen, um das Bestmögliche für die Union zu holen, tritt Markus ordentlich nach. Ich bin Gaststörfeuer aus München im ganzen Wahlkampf. Und das sind jetzt nur drei Beispiele. Es geht nicht nur darum, mit dem Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren. Da ging es um ihre Kandidatur. Armin ruft Markus sogar an und bittet ihn, damit aufzuhören. Markus, lass es. Markus, warum sagst du jetzt wieder das? It's time to start! Markus, hör doch auf. Ich hab gar nichts, ich hab gar nichts. Wenn Sie diese Dritte vors Schienbein... Digga, der Arm. ...dass gezielt setzen, Herr Söder. Warum machen Sie das eigentlich? Welche Dritte vors Schienbein? Hey, der Typ trollt einfach nur. ...dass wir alles tun, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Sie posten ihr Essen auf bei Facebook. Der Social Media... Das ist so eine Parallel... Das ist eine Parallelwelt, ne? ...ein von Markus ist endlos. Er hat sogar ein drei- bis vierköpfiges Social Media Team. Außerdem mindestens drei Pressesprecher, einen Kommunikationsschatten... Boah, jo! ...vor er bei dem Bild am Sonntag war und einen festangestellten Fotografen. Und ich mach das alles alleine und habe deutlich mehr Videoaufrufe als er. Quatsch aber auch viel mehr Scheiße und werd wahrscheinlich öfter weggecancelt. Ja gut, vielleicht soll ich auch so ein Team holen. Der hat das Privileg, hauptberuflich Fotos von Markus Söder zu schießen. Bester Job Deutschlands, confirmed. Dieses PR-Team sorgt für einen An... Wenn er damit junge Wähler generieren möchte... Also das spricht ja keine jungen Wähler an, oder? ...haltenden Fluss an genüsslichem Söder-Content. Markus ist auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und TikTok. Er macht regelmäßig Q&As, liest aus Kinderbüchern vor. Er hat einen eigenen Podcast. Auf eine weiß-blaue Tasse. Es gibt ein Markus Söder Wimmelbildmalbuch. Ist das krank. Buch einen Markus Söder Zollstock. Digga! Stell dir mal vor, der Markus Söder Zollstock, du misst deinen Pimmel und der ist auf einmal zwei Zentimeter länger. Weil da ein bisschen getrickst worden ist. Eine Markus Söder Baum... Weiß nicht, ob das... Vielleicht wird das passen. Wolltasche, eine Markus Söder Kaffeetasse und ein Markus Söder Kochbuch. Letzteres ist inspiriert von Markus Söder Essenspostings mit einem Markus Söder Vorwort. Ist das krass. Neben den interessanten Begegnungen mit tollen Menschen, den vielen Gesprächen und Diskussionen... Ich bin dumm. Herz, danke schön für den Sub, Kuss, Kuss, Kuss. Ich bin überzeugt, die Bayerische... Sag schon, was soll ich da? ...ist die vielfältigste und beste in ganz Deutschland. Nitz, Pizzel und Spargel, Wildfleisch, Bratkartoffeln, Backbohnen mit Butter. Markus Söder lässt jeden Einzelnen seiner Kanäle mit ganz spezifischen eigenen Inhalten bespielen. Auf Facebook spricht er als Fels in der bayerischen Brandung und verlässlicher Landesvater die Boomer an. Auf TikTok macht er Tänze. Hallo und grüß Gott. Weihnachten steht vor der Tür. Naja, trotzdem danke. Auf Twitter ist er High Performer im PJ. High Statist Coach. Auf Insta ist er der kultige Politiker-Kumpel und holt Millennials ab. Das ist eine Mega-Geschichte. Das wäre echt was für eure Freunde, Bekannte, Verwandte, also alle, die ihr so kennt. Auf TikTok traut er sich Dinge zu sagen, Steuerhinterziehung oder was jetzt? ...die er nie in einem bayerischen Bierzelt sagen würde. Gen Z darf es aber hören. Gibt es auch noch die besten Döner, die ich auch sehr, sehr gerne esse. Es gibt keinen Politiker, der seine kulinarischen Vorlieben so penibel dokumentiert wie Matt Markus. Zum Glück liegen auf der Insel viele Vögel, die genießbar waren. Und außerdem auch Meeresschildkirken, deren Fleisch und Eier mir wirklich gut schmecken. Unter dem Hashtag Söder isst wird er zum Trendy-Food-Blogger. Mein Problem ist, ich esse. Also ich esse tatsächlich und ich esse auch gar nicht. Das unterscheidet sich ja von den meisten Menschen, ne? Am Anfang gibt es noch viel Gesundes und Grünes. Griechischen Salat, Schafskäse mit Avocado. Bis er dann das neue Trendthema entdeckt. Achtung. Oh, Beef. Fleisch. Keine Sau braucht Gemüse. Markus ist mutmaßlich Vorsitzender. Oh mein Gott, er ist der Erzfand der Militanten. Geheim-WhatsApp-Gruppe der Treue Unionsmitglied. Nein, 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 nein. Ich würde sagen, eine meiner Lieblings-WhatsApp-Gruppen ist die WhatsApp-Gruppe Würstchen-Gulasch. Im April 2023 macht Markus auf einen Skandal aufmerksam. Alarm. Die Grünen. Die Grünen. Hätten in Münchner Kitas Fleisch, Wurst und sogar Fisch verboten. Hä? Es ist schlichtweg gelogen. Das Getöse kommt aber gut an. Eine zwangshafte Veganisierung Deutschlands und Bayerns macht keinen Sinn. Ein Leben ohne Schweinbraten macht möglich sein, aber nicht sinnvoll. Markus Insta. Es ist halt krass, sowas zu staten. Einfach ein Leben ohne Schweinbraten. Bewusst auch zu sagen Schweinbraten. Mag möglich sein, aber nicht sinnvoll. Er spricht damit ja praktizierenden Muslimen, die sich ja daran halten, kein Schweine vielleicht zu essen, einfach die Sinnhaftigkeit ihres Lebens ab. Wenn man das jetzt so interpretiert, checkt ihr die Tragweite so. Ob das jetzt von ihm so gemeint ist, ist ja die andere Sache. Aber das ist ja schon eine crazy Aussage so, ne? Also, Digga, du sagst ja wirklich dann zu Leuten, die praktizierende Muslime sind und kein Schweinefleisch essen. Euer Leben hat keinen Sinn, mäßig. Also, ach komm, das ist lächerlich. Boah, aber warum legt er dann so Wert auf das Schwein? Checkt ihr, was ich meine. So, das ist schon, keine Ahnung. Also, finde ich schon, finde ich schon, finde ich schon krass, sowas zu sagen. Ja, aber er sagt ja nicht Hühnerfleisch oder so. Also, das, ich finde, ich finde, das kann man schon so deuten. Den gewurzten Aufbau lässt sich Markus einiges kosten. Allein die Kosten für Fotografen, die für seine Behörde arbeiten, Jetzt bin ich gespannt. beliefen sich 2022 auf rund 220.000 Euro. Digga, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das ist 20 Mal mehr als das, was sein Vorgänger dafür ausgegeben hat. Wie verrückt von mir. Auf einer Pressekonferenz wird er auf die üppige Summe angesprochen. Es geht hier nicht um Porträts, sondern es geht um Regierungshandel. Geht um Regierungshandel. Und jetzt war ich Radfahren, fahre um den Chiemsee rum. Herrlich. Regierungshandel. Ich habe in der Schule viel Handball gespielt. Mehr als Basketball. Heute finde ich basketball auch super. Regierungshandel. 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 Markus' PR-Team ist nicht unfehlbar. Hier telefoniert er scheinbar mit dem Homescreen seines Smartphones. Oh nein. Hier lässt er sich von der Bild als Samariter ablichten, obwohl er nur knappe 15 Minuten vor Ort war. Aber Bayern ist dafür führend beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Spitzenreiter sogar. Das hat zwar damit zu tun, dass Bayern ein großes Bundesland ist und eigentlich würde man bei Berücksichtigung der Fläche im hinteren Mittelfeld landen. Ja, ja, ja. Wie verrückt von mir. Dafür postet Markus Bilder mit deutschen Eichen und Bayern ist zumindest bei der Windkraft an der Spitze der Südländer. Davon gibt es genau zwei. Die sind besser als die nebenan. Bayern ist also weniger schlecht als Baden-Württemberg. Je nach Jahr belegt Bayern in der Windkraftstatistik trotzdem den drittletzten Vorstand. Ja, weil sie so krasse Abstandsflächen haben. In Bayern ist das Ding, wenn du ein Windrad bauen willst, du musst irgendwie so und so viele Kilometer Abstand zu allen Lebensdörfern und blablabla haben und die ganze Artenschutz und sowas da. Da wird sehr viel getan, damit keine Windräder gebaut werden. Das ist crazy. Oder letzten Platz. Egal, saufen. Aber wer braucht schon erneuerbare Energien, wenn wir dank Markus bald die Erde verlassen können? Bayern wird voraussichtlich das erste multiplanetare Bundesland. Ich bin ein Science-Fiction-Fan. Ich bin ein Raumfahrt-Fan. Ist das krass. Ich bin ein Hirngespinst, sondern ein durchdachtes strategisches Technologie-Konzept. Space-Wurst-Marcus macht... Digga, die wollen eine Rakete bauen in Bayern. ...alt eine tiefgründige, wunderschöne Vision der Zukunft. Nur wer in die Zukunft schaut, wer immer schaut, wo sozusagen an den Bereich geht, wo noch nie zuvor ein Mensch gedacht hat, der wird auch die Zukunft möglicherweise kontrollieren, planen und auch ein Stück weit sicherer machen können. Dieser Mann bringt zum Träumen an. Hier geht es um die Zukunft der Menschheit und nicht um Markus selbst. Entsprechend sieht das Logo der Mission auch so aus. Nein. Bro, das ist legit dein Gesicht. Er hat einfach sein eigenes Gesicht für die bayerische Raumfahrt genommen. Hä? Aber zuerst aus meiner Raumfahrt-Tasse. Dafür wird er sogar von strammen Stammtisch-Populisten kritisiert. Wenn er sich vor einem riesen eigenen Bild fotografieren lässt, das ausschaut wie der nordkoreanische Präsident. Also da muss ich sagen, da hat er das Fingerspitzengefühl verloren. Zum Glück war Aiwanger nicht für Logo und ein entsprechendes Flugblatt verantwortlich. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. What the fuck? Guck mal, in welcher Situation als Politiker musst du verschissen haben, dass du dieses Statement überhaupt abgeben musst? Wie sehr musst du reingekackt haben, am Leben vorbei sein, dass du das staten musst? Das ist doch verrückt. Und das ist jemand, der ist Vorsitzender einer großen Partei. Freie Wähler. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze kann ich aus meiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. Ich will sie weder dementieren noch bestätigen. Ich weiß es einfach nicht mehr. Aller ist klar, Mann. Achtung, Achtung, hier ist die CSU. Achtung, Achtung, hier ist Bayern. Achtung, Achtung, hier meldet sich der Süden. Markus hat viele gruselige Gesichter. Und noch mehr Meinungen. Söder so wagt, dass es Gegenden in Deutschland go ab, wo Hartz IV unter den Schulabgängern als unerkanntes Berufsziel gold. Hartz IV ist ein Erfolgsmodell. Dass wir auch klar machen, wir wollen den Asyltourismus in Europa beenden. Dabei schießt der bayerische Schütze auch gerne drauf los. Zum Beispiel auf die Grünen. Er teilt sehr deutlich aus. Die ganze Rede von Markus Söder steht unter der Überschrift Die Ampel muss weg. Ah, Mann. Tiere wörtlich, wo Grün regiert, da sei der Abstieg programmiert. Er hat die Ampel auch als Kiffer-Connection bezeichnet. Die Grünen sind von Indianerverbot, sie sind von Autowascherbot, sie sind von Fleischerbot. Man spürt... Wie kann man sowas... Das ist so krass, das ist so krass, Mann. Richtige Fleisch- und Wurstphobie, liebe Freunde. Wir wollen auch in der Zukunft essen können, was wir wollen, meine Damen und Herren. Das Problem ist dabei wirklich, Chad, das Problem ist for real, viele Leute fressen das ja, ne? Die nehmen das ja wirklich ernst und denken, das ist tatsächlich so. Also, das ist ja nicht die Realität. Von wegen, die Grünen wollen dies, das verbieten. Ja, die wollen halt progressiv Dinge einschränken und Sachen machen, um halt den Klimawandel irgendwo auszubremsen. Aber in deren Wahlkampfprogramm steht ja straight nicht drin, Fleisch abschaffen, das ist ja nicht deren Ziel so. Hä? Das ist krass, das ist krass. 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 Und du musst überlegen, darauf springen halt Leute an. So, wie weit ist es gekommen, dass Leute diesen Populismus einfach kauen, verdauen und wieder ausspucken und wiedergeben. Das ist halt verrückt. Cem Özdemir kann sich gar nicht daran erinnern, Fleisch verbieten zu wollen. Wenn sie wollen, können sie sich auch in den Wecker stellen, der sie nachts jede halbe Stunde daran erinnert, dass sie ihr Fleischpensum aufrechterhalten. Was steckt also hinter diesem Fleischverbot? In den Tiefen einer langweiligen Tabelle findet sich die Antwort. Die teilweise von Cem's Ministerium geförderte Deutsche Gesellschaft für Ernährung präsentiert in besagter Tabelle eine vorläufige, beispielhafte, aber durchaus beängstigende Ernährungsempfehlung. 10 Gramm Fleisch pro Tag. Ich bin dumm. Eine Empfehlung, mit der man leben könnte, wo es okay ist. Und plötzlich denken Leute, es ist eine Empfehlung. Sie sind für ein Fleischverbot, sie sind für ein Böllerverbot, sie sind sogar für ein Luftballonverbot. Doch es wird noch schlimmer. Die Grünen wollen uns nicht nur das Fleisch wegnehmen, sie greifen auch Süßigkeiten. Ich habe gelesen, dass sie jetzt in Berlin Süßigkeitenverbot machen wollen. What? Das ist für Werbung, ne? Ja, und nicht allgemein Werbung, sondern an Kinder gerät. Hey, aber jetzt sehr, sehr dumm gefragt. Jetzt sehr, 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 sehr dumm gefragt. Was ist denn daran schlecht, wenn man Werbung für Süßigkeiten, die sich tendenziell nur an Kinder richtet, verbietet? Ja, die Konzerne werden weniger Umsatz fahren, aber Kinder werden sich besser ernähren und werden nicht in frühen Jahren schon zuckerabhängiger oder wahrscheinlich weniger zuckerabhängig. Also was ist daran falsch? Also was ist daran falsch? Hä? Das ist ja so, als würdest du sagen, ja, die wollen jetzt auch, dass man kein Bier mehr an Kinder vermarktet. Es ist ja gut für den Bürger. Ich sehe da jetzt keine Downside so. Keine Alkoholwerbung, keine Zigarettenwerbung, keine Süßigkeitenwerbung. Wie weit wollen die noch gehen? Ja, Bro, ist das nicht gut, dass Sachen, die schlecht für dich als Mensch sind, für deinen Körper, nicht beworben werden? Du kannst sie immer noch kaufen. Du kannst sie immer noch Kippen kaufen, Alkohol und Süßigkeiten kaufen. Es geht ja nur um die Bewerbung, damit Kinder und Jugendliche nicht eventuell darauf anspringen. Hä? Ja, ja, also die haben kranke Lobbyisten, natürlich, klar. Die haben krasse Lobbyismus. Lobbyismus ist sehr, sehr stark, ne? Früher war das alles normal. Jo, aber willst du so, also wenn wir mit diesem Argument, früher bla 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 bla, früher ist es sehr viel Scheiße gewesen und früher hat es sehr viel dunkle Zeiten gegeben, gerade in unserem Land. Und ich würde nicht sagen, dass es eine gute Referenz ist. So, wisst ihr, was ich meine? Und zu sagen, jo, keine Ahnung, mein Dad hat bestimmt auch mit 14 geraucht. So, das ist aber nicht gut. Ist ja nichts, was Positives. Selbst die hat als Landwirtschaftsministerin wissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben. Da kam genau das raus. Werbeverbote. Ich bin nicht gegen. Sehr inhaltliche Antwort, finde ich gut. Aber wieso sind denn dann 66% der Bevölkerung für so ein Werbeverbot und ich glaube sogar über 80% aller Eltern? Das glaube ich nicht. Wie, das glaubt der nicht. Das ist aber so. Nee, glaube ich nicht. Ja, ist aber so. Hä? Aber es gibt ja Studien dazu. Nee, glaube ich nicht. Hä? Ja, ist aber so. Ich, Sie. Nein, doch. Herr Özdemir sagt, er will jetzt Süßigkeiten Werbung verbieten. Gleichzeitig wieder Drogen einführen. Verdammt nochmal, lasst die Leute doch ihr Essen, wie sie es wollen und schreibt ihnen nicht immer vor, was gut und schlecht ist. Aber das tut ja keiner. Es sagt doch keiner, dass irgendwas verboten wird, was die Leute nicht essen sollen. Hä? Hä? Und da wird halt geklatscht. Es wird halt einfach beklatscht, weil es populistisch lautstark überzeugend rübergebracht wird. Ich frage mich manchmal wirklich, und das ist kein Scheiß, was kann man alles als Politiker, wenn man es nur glaubhaft genug verkauft, sagen? Wo ist es so absurd, dass es keiner mehr glaubt? Und ich habe das Gefühl, es gibt mittlerweile, gerade in den USA, keine Grenzen. Also hier in Deutschland habe ich auch das Gefühl, dass die Leute mittlerweile einfach alles nehmen, was, also alles nehmen, was ihnen vorgebetet wird, so. Aber es muss doch irgendwo eine logische Grenze geben, wo ich mich als mündiger Bürger fragen muss, Hä? Das klingt jetzt so dumm. Das kann doch nicht sein. Ich will für Bayern keine Drogen. Nein zu den Drogen. Prost! Bayern, das Land der Freiheit. Hier gibt es keine Verbote wie im elitären Berlin. Im freien Süden wird niemandem vorgeschrieben, wie er zu denken oder zu reden hat. Naja gut, also gut, es gibt schon ein paar Gesetze, Polizeigesetz, Cannabiskontrolle und so weiter und so fort, die deutlich krasser durchgesetzt werden, auch strigenter durchgesetzt werden als in anderen Bundesländern. Ja gut, und wenn du vielleicht nicht deutschstämmiger Bürger bist und eventuell auch anders aussiehst oder eventuell eine andere Nationalität hast, dann kann es natürlich sein, dass du es hier ein bisschen schwerer hast. Also, ich finde, Bayern ist ein wunderschönes Land. Ich mag auch die bayerische Art sehr gerne und ich mag auch Bayern als Menschen unfassbar gerne. Ich habe auch viele Freunde von da und so, ich bin auch immer gern da, aber ich finde manchmal es wirklich sehr, beängstigend vielleicht das falsche Wort, doch, ich würde sagen beängstigend, beängstigend, wie dann so jemand, der so populistisch und so eine Phrasendrescherei macht mit so viel Quatsch und sowas und solchen sehr, sehr krassen Gedankengut, einfach so sehr beliebtheitwerte da fährt, frage ich mich immer so, schwierig, ne? Bayern ist gegen Wokeness und Cancel Culture. Jampe ist die unbeliebteste Bundesregierung aller Zeiten. Das Gegenmodell, das sind wir in Bayern. Markus will auch ein Narrativ entwickeln, was der Unterschied ist. Ich habe Freunde von da Argumenten. Nein, du checkst schon, du weißt, wie ich meine. Ich bin oft da und erlebe oft die herzliche bayerische Lebensart, das meinte ich so. Dafür pumpt er jeden Tag gottlos viel Content in die Welt. Wir und sein Team haben längst verstanden, dass man für Wähler auch dieses scheiß Wokeness Gelaber, auch im Internet so beliebt. Digga, ich, da, da, ey, guck mal, das ist eine Sache, wirklich, immer Toleranz mit Wokeness Gelaber gleichzusetzen. Bruder, schau mal, ich setze mich dafür ein, dass, dass ich sage, Menschen sollen Gleichgerechtigung erfahren, denen soll es gut gehen und jeder ist irgendwie gleich. So, und dann wird einem Wokeness Gelaber vorgeworfen, das check ich manchmal nicht so. Hä? Da stimmen keine inhaltlichen Argumente mehr. Ach so, du wolltest entkräften, okay, ich check, ich check. Ein paar Schlagwörter zu Reizthemen wie Migration, Gendern oder pflanzlicher Ernährung reichen aus. Dankeschön, Käpt'n Lachs. Söder. Söder. Ich muss ja auch schützen, Gender. Und hab mir vorgeschlagen, nicht schützen Brüder oder Schwestern zusammen, sondern schützen Brüderinnen. Hä? In Schulen und in Behörden soll künftig das Gendern verboten werden. Im April hat... Guck mal, ich mach jetzt mal einen Call, Chat. Ich mach jetzt einen Call und der mag vielleicht crazy klingen, für viele. Aber ich würde nicht sagen, du bist woke, wenn du dich für Gleichberechtigung von Menschen einsetzt. Für Gleichberechtigung und, ja, Gleichbehandlung von Menschen. Dann würde ich nicht sagen, dass du woke bist, sondern straight, du bist einfach kein Arschloch. Wisst ihr, was ich meine? Dann bist du einfach kein Arschloch, wenn du sagst, ich behandle Menschen gleich. Das ist normal in meinem Kontext, in meinen Augen. Aber Leute interpretieren da eine Wokeness hinein. Das ist für mich manchmal echt schwer begreiflich, wirklich. Hat das Kabinett unter Leitung von Ministerpräsident Söder beschlossen, in jedem... Gendern ist aber Quatsch. Brauchen wir nicht drüber reden in der deutschen Sprache, dass die Anwendbarkeit davon findet wenig, wenig Möglichkeiten. Das ist so. In der Bayerischen Behörde ein Kreuz. Es tut mir aber auch nicht weh, wenn sich das jemand wünscht. Wisst ihr? Hängen. Eine tatsächliche Umkehr der Ressentwicklungspolitik in Deutschland. Mehr Grenzschutz, Rückführung. Man muss am Ende vielleicht auch das Undenkbare noch mal diskutieren. Aber ist man ein Arschloch, wenn man nicht für gleichgeschlechtliche Beziehungen ist? Nur eine retorische Frage. Das kann ich dir so nicht bewerten. Ich finde, solange du aktiv nicht dich dagegen irgendwie aussprichst und mäßig sagst, juckt mich nicht, dann ist es okay. Wisst ihr, was ich meine? Juckt mich einfach nicht. Es gibt viele Themen, die jucken mich nicht, die interessieren mich nicht. Sollen die machen? Und gut ist, so viele Leute, ne? Solange keiner verletzt wird und es keinem schlecht dabei geht, ist doch okay. Habe ich doch keinen Nachteil von so. Ist doch nichts Negatives für mich. Crazy. Aber es findet halt leider Anklang, ne? Aber geil, dass Chat hier so mitdiskutiert. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. An dieser Stelle kräft man lieber, wie geht's dir, Baby? Bester Kanal. Und außerdem die Hostingpläne von Hostinger ab, werdet Mitglied der Markus Söder Ultras und spart 10% mit dem Code 2BotGuys. Schaut nach links und rechts, wenn Söder wieder mit einem E-Scooter angerastet ist. Coole Einstellungen an allem im Chat. Wer bestimmt, wer werten darf, wenn man nicht diskriminiert. Es gibt für mich, pass auf, ich mach kurz, ich mach kurz ein Beispiel. Ich finde für mich gibt's ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt etwas mache, okay, und es fühlt sich da von jemand angegriffen, dann habe ich etwas gesagt, was mein Gegenüber eventuell kränkt, verletzt, sauer, wütend, beschämt, zumindest erweckt das bei meinem Gegenüber ein negatives Gefühl, okay? Wenn mein Gegenüber sagt, du hör mal, sachlich, das ging zu weit, das war für mich nicht in Ordnung, so und so und so, finde ich das nicht okay, dann ist es an mir, zu verstehen, okay gut, dann mach ich diesen Joke nicht mehr, dann sag ich dieses Wort nicht mehr, dann, ähm, Geste nicht mehr und gut ist. So einfach ist das für mich. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt ja auch viel Humor und, 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 ähm, so, so Ironie und sowas, mach ich mit Edis ja auch, wir joken ja auch die ganze Zeit rum, ich bin Deutscher, er, äh, er ist, äh, Türke und so, das ist auf einem einverständlichen Level, wir machen darüber Spaß, weil wir beide genau die Grenzen kennen. Wenn Edis mir jetzt sagen würde aber, ey bro, du bist da zu weit gegangen oder ich, sag ihr das, wir würden beide sagen, okay, gut, okay, wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, ist gar nicht so schwer, einfach kein Arschloch zu sein. Das ist, ist keine große Aufgabe. Es ist wirklich keine große Aufgabe. Keine Ahnung, also es ist so ein gewisser Menschenverstand, den man einfach hat. Wenn ich meinem Gegenüber nicht grundlos irgendwie beleidigen oder ficken will oder so und mich daran halte, dann mach ich schon sehr viel richtig, ne? Ja. Gut. Ja. Ja. Ja.